das ist wohl so und der bug ist ja auch immer noch drin keinen keinen sound ich höre dich dafür ja ja aber keinen keinen ambient sound also oder bei der spinne kommt wenn man nichts macht ist jetzt einfach so still hört man das ja sieht aus als würde ich dir einen runter holen deshalb frau sein charakter ist es ja eine transe ja mit dem mantel mann hier sind blöde krähen in es hier passiert uns beim scrapie die clou eigentlich auch auf der anderen seite hier ist abgesperrt da kommst du nicht rein oh keine haften nach vorne rein hier irgendwo eine nahkampfwaffe Oh ja, keine Nacken-Zaffer. Oh ja, oh ja. Die Wege hat fast einmal quer durch eine riesen Heuballenwand gesprungen. Die kamen auf der anderen Seite schon wieder raus. Hier hinten an der Tür habe ich mal eine Falle hingemacht. Ich war auch abgesperrt, die Türe, aber ich stand direkt daneben. Hier ist noch eine Toolbox. Oh! Richtung Grizzin! Da gibt es keine Knarkampfwaffe im Boss leer. Nicht? Okay. Ja gut, hier im Haus habe ich jetzt auch keine gesehen. Eine Falle. Packen wir noch an das Loch hinten eine Falle, wo man rein sneaken kann. Jetzt ist es ein Trigger. Okay, jetzt muss ich erstmal wegrennen. Ey, die hat mich richtig abgepasst, die Sau. Habe ich hier eine mit der Falle geklatscht. Jetzt ist die in meine andere Falle reingelaufen. Was soll das denn? Ich würde das ja nicht helfen lassen. Faut mich's hin. Nहmosch мои Leute. Auaahhhh... Nerfig. Ich wollte es doch gar nicht aufmachen. Genau, ich spinne sowieso. Auf! Oh, hier ist eine Oldtable. Komm mal, die Tür hier vorne zu, was? Kam es ja nicht mit. Nö. Der ist schon wieder die Tür auf, anstatt einfach die Falle aufzugeben. Jetzt hör doch auf, du blöde Kuh, ey. Schon wieder in meine Falle gelaufen. Ich bin gerade wieder aufgestellt. Nein, komm von der Falle weg. Du bist fein. Ich glaube, es mag keiner zu spielen. Dauert schon wieder Jahre hier, ne? Es kommt ja auch gerade keiner. Aber nicht, weil ich nicht will, sondern einfach, weil die immer nur bloß wegfremden. Echt doch, zuerst. Oh fuck, jetzt ist es rot. Kommt. Und wo kommen die? Stahl. Hit. Fuck daneben. Nein, Spinne, nicht jetzt. Oh man. Oh man. Oh jetzt ist da auch noch ein Agro gerade. Ich bin wieder weiß. Ja, der ist wahrscheinlich nur außerhalb des Bereichs in Richtung Westen gelaufen. gerade mal einen moment weglaufen kann ich aufs dach geklettert oder in das andere haus drüben oder so hier ist auf dem dach noch eine high war sogar headshot ja dann wenn ich jetzt einfach ich wollte nämlich gerade in dem moment wo den kills sagen wenn du jetzt gehintet wirst sagt einfach direkt bescheid wenn er jetzt nicht geld direkt gehetzt hat das heile ich dich sofort man bin ich aber das hat sich dann erledigt wie blöd du hast diese hype dahin geworfen oder oder da war ein high barrel oder sowas und ich habe wieder hingeworfen ja okay also auf jeden fall ist nicht getriggert und dann ich habe gesehen gehört dass sie ja da in diesem zwischenbereich zwischen den heuballen war ja habe ich hier an dieser türe gepiekt und wollte auf sich schießen aber weil die spinne mehr so viel stress gemacht hat musste ich so schnell schießen dass ich daneben geschossen habe und dann ist sie wieder weggelaufen ich bin noch mehr stress gemacht sonst hätte ich sie da einfach schon direkt killen können weil sie bald genau ohne deckung mitten im crosshair von mir quasi ich habe nur leider daneben geklickt ich habe irgendwo spezial munition bei dir kommt und gesehen ja ich glaube ein paket war hier bleibt erst mal drüben nicht ja ja nur da muss ich die munitions boxen gerade falls er kommt mein unten wäre eins gewesen doch eben noch gedacht da ist der box an die kann es nicht nehmen das ist ja special ja genau hier vorne in diesem vorraum gleich das kreppig ist denn wolfshead mit ausgängen in iron world wir haben zwei ausgänge im norden aber da kämpft bestimmt noch jemand das würde mich nicht überraschen wobei die kam ja auch schon aus dem norden aus dem süden kam bis jetzt noch keiner und die werden bestimmt auch schon hier wenn da wer gespawnt wäre eigentlich wahrscheinlich im nord im norden für einen anderen boss und sie gehen jetzt dann runter oder waren schon auf dem weg nach unten wir haben einfach wieder so ein paar sniper dudes die jetzt irgendwo da hinten sitzen und darauf warten dass ich hier meinen kopf raus stecke hier so weit aber da im norden ist auf jeden fall noch jemand hat ja gehört sind die beide gestorben hier hinten irgendwo aber ja ich würde schon beide beides mit special emma rabiner detainer officer ja wir könnten natürlich jetzt zum anderen boss einfach rüber rennen und bei ironworks rausgehen würde ich sogar fast vorschlagen wenn die da bleiben können wir die andere bounty noch versuchen zu machen wenn die nicht da bleiben können wir da rausgehen weil die anderen ja anscheinend da richtung norden noch irgendwo campen fighten wie auch immer da feite ich lieber gegen die andere bounty und habe noch eine chance eine zweite bounty zu kriegen anstatt nur exit gamper zu bedienen ansonsten können wir halt einfach daraus gehen die sind schon auf weg auf jeden fall mal vielleicht die auch noch wen da bezweifelt ist ja wir plus die dollar ist das eine team egal das eine team was wir gerade gekillt haben von drei bis zwei da oben sind fünf kann eigentlich nur noch eins sein und die haben bestimmt auch schon eins gekillt ein schuss war schneller ich habe eine millise kann früher geschossen bei mir immer hier über die brücke zum wagen und dann am fort vorbei richtung einer schott habe ich gelungen und weg sind in der hammer und kakao die gibt es noch mal auch den voll und die box von hier nehmen fakt das ist genau die eine kiste die ich schon genommen hatte eine halb brauche ich noch ja oben station oder so ist jemand eine halb brauchst du da ist ja die musste erst um diesen links und genau dahinter kommen die sich auch einmal mit der crown nicht gemacht auch klär ich noch nicht hätte ich habe ein dynamit gelootet auch kein ja dennoch den Scrap Big Bounty Tokens looten. Die Weekly. Die Daily ist fertig. Oh, da ist jemand. Richtung Norden. 15. Aber maximale Distanz noch. Die sind wahrscheinlich auf der Brücke. Vielleicht aimen wir da mal gerade hin. Andere Seite von der Brücke. Ja, kommt jetzt rüber über die Brücke. Vielleicht mal in Position gehen, dass du auf die schießen kannst. Oder die töten mich einfach. Du müsst mich aber aufheben können. Ach, das ist der Willi! Der Dreckscamper von eben. Der mit seinem League of Legends Teammate. Wat ne Mistje bocht. Einer ist rechts, einer ist links. Mach mal die Zombies. Den kleinen Balken weggehauen schon, die Zombies gerade. Sind schon hier. Der hat ja ne Sniper. Warum kommen die denn jetzt ran? Das ist aber untypisch. Ich meine, ich habe gerade Wasser-Steps gehört. Ja, ja. Die sind vorne dran. Kein Boost mehr. Ja, einer ist Richtung Nordwesten und der andere ist Richtung Nordosten. Der ist hier drin. Ja. Ein Arsch auf dem Dach. Ah ne, der ist aufs Dach gegangen. Scheiße. Ah, gut. Ah, wo war der jetzt? Ach, leck mich. Scheißen, Alper. Immer noch nicht tot. Gotcha. Alright. Der ist auch direkt weg, ist halt ein Headshot, der Dude. Äh, ne, es war kein Headshot, der andere hat mich angehittet. Okay. Ich mach die High-Fest weg. Ah, klappt nur ein Body-Shot, gehen wir. Also, hat der dann gereicht, bitte Sparks. Brennt da einer jetzt? Ich glaube, ich werfe lieber mal ne Choke direkt da hinten. Ich würde die noch looten können, falls da jemand ist. Mehr, hat nicht gebrannt. Ne Mosin, die ist doch ungefähr genauso viel wert, wie ne Crown and King. Dann nehm ich lieber die Mosin, ne? Ich nehm die Uppercut mit. Fuck, Sniper und ne Uppercut. Retaliation. Die haben doch eben in der Runde auch schon Exit-Camped, oder nicht? Ich mein, ja. Oder haben sie das Bounty aufgenommen gehabt? Weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr genau. Wir hatten die auf jeden Fall eben auch schon mal gekillt. Ne. Ich hatte Willi gekillt, du hattest League of Legends gekillt. 2 zu 0, würde ich mal sagen. 2 zu 0, würde ich mal sagen.